ab haupt hat es gern und fleiß so Hi. Jo, ich bin wieder da, also ich war nie weg. Also der Twitch-Stream ist ausgewiesen, alles andere ging nochmal weiter. Was für eine neue, wieso, achso, wollten die noch mal Werbung schalten, die sind ganz ziemlich rausgekriegt hier. Nubi, Abend, was geht ab? Nee, also ich habe schon noch einiges mehr am Laufen hier und der Twitch-Stream ist da auf einmal weg gewesen. Gags macht Twitch mal in den Werben hier. Die machen mit mir Geld, ich mache Verlust jeden Tag mehr. Ihr kennt es ja, ich habe auch so eine Uhr, die sich immer sich dreht die ganze Zeit und immer Geldminus macht. So wie die in Berlin. Da ist es nicht doch in Berlin, oder? Die Inlandsverschuldung, Stingsbums, wie das halt heißt. Ich habe auch so eine scheiß Uhr, die immer rückwärts läuft. Oder vorwärts, mit Minus davor, ist ja egal wie. Und das wird auffallen, wenn auf einmal das sich verändern würde. Ich glaube, das ist etwa ein Zweifel, das geht auch nicht weiter. Tja, ich bin eine Person, die relativ schon lange dabei ist. Ja, mit... Ja, nee. Ah, mal gucken wir mal kurz, nur jetzt eine Sekunde, sorry. Okay. Ja, ich bin ein Problem. Alles ist ein Problem. Ich bin drin. Was ist ein Problem. Ich bin drin. Ich bin drin. Vielen Dank. Vielen Dank. Christin 007, ich meine 006, Servus. Verdammt beschissen, glaube ich, ist unwichtig jetzt. Verdammt beschissen. Ich musste heute 6 Stunden Übungen machen. Und das ist kompliziert. Was wir alle machen, hier unten Gaxen. Genau, Gaxen ohne Ende. Ja, dann ist es wirklich heute sehr, sehr komisch hier. Kann ich dich? Kann ich hier nicht einladen? Ist doch auch mit Duser, oder? Da oben wirst du. Ich hab dich mal invidiert. Du Scheiße, was ist denn jetzt hier? Landebildschirm. Weil die Lasse Flugzeuge. Es gab eigentlich am PC keine so wirklichen Verbindungsprobleme in den letzten Tagen. Oh, da sind ein paar Klaren Clans drin hier. Wirkt, wirkt drin. Auch schon in gewisse Zeit bei Gaxen. Da bist du im Staat häufig stillbeobachter. Jo, das passt, ja? Da muss ich mir den ganzen Schmalen von dir nicht durchlesen. Und du stillbeobachtest. Los, los, los. Let's do it. Ja, keine Punkte bekommen. Gaxen, also da sieht er zusammengefüllt aus. Nein, das ist alles geplant hier. Das ist hohe Kunst. Das ist hohe Zusammenwirfelungskunst. Immer diese Landebildschirme hier. Ach, nö, wenn ich check, wo der ist, dann bin ich tot. It's a reining man. It's a reining man. Halleluja. Ne, ich möchte lieber es reining girls. Was ist denn das? Was hat denn der veranstaltet? Boah, hat der uns gleich beide gelutscht, Keks. Krasse Scheiße. Muss ich mir ehrlich sagen, ich weiß aber nicht, wie lange ich das überhaupt durchhalte hier, um nicht das Spiel zu löschen. Das Geile, aber es ist zwischendurch, es ist echt nervig. Auch wenn ich es gerade momentan mich nicht so anhöre. Ich habe doch keine Kraft und bin zu sehr unter Drogen, um hier überhaupt nicht aufzuregen. Da war doch gerade einer. Ich habe ihn! Der pinkelt mich an mit seinem blauen Strahlen, einfach so hier. Krass, überhaupt keine Chance hier, hey. Also, wieder so eine Runde zum Kopfschießen, einfach nur Abwarten, dass es vorbei ist hier. Hey, Bento, merci für dein Follower. Hab Spaß, genießt die komische Show und liebe Güter München hier. Thanks for the follow buddy. Enjoy the crazy show here. Ein Greetings from Munich, Germany. Natürlich. Gelutzt Keks, Lutz, Keks, 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 Keks lutschen kann, so, 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 klar. Oder am besten Keks in... Alter, es ist laut. Keks in Kakao oder ein... Schön aufweichen, der Mampfen. Ich habe jetzt mal probiert, öfters über die Hüfte zu schießen, aber kann es vergessen. Nein, 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 ist ja klar, ich kann nicht dann... Ach stimmt, du wolltest mich dann erinnern. Ja, wenn dann die hier. Ich probiere gleich wieder mal mit der Waffe, die mir am besten gefällt. Also, mit der ich am besten zurechtkomme. Keine Ahnung, ich finde mich, ich habe so lange... Ich habe so lange Delay in meinem Kopf. Bis ich den sehe, bin ich schon dreimal gestorben. Nein, 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 ich habe gesehen, dass da unten... Aber wie soll ich dann denn so schnell da hinziehen? Ach Gott, ist das eine... Ist das eine reaktionsverfluchte Kacke, ohne Scheiß. Ne, das ist nicht gut, die habe ich gestern probiert. Die ist scheiße. Also so, die Waffen im Moment haben. Ich habe jetzt noch drei ausprobiert heute. Die ist mit der komme ich am besten zurecht. Die Laserwaffe, mit der bin ich gar nicht zurecht. Ich komme gestern. Sieht OP aus, wenn du es kannst. Ich kann es nicht, deswegen Mega-Ultra-Fail. Aber so mit der Waffe komme ich von dem... Sagen wir mal, wenn ich 100 Schüsse schieße, treffe ich mit der Waffe 2 Schüsse mit allen anderen ein. Oder gar keinen. Also 2% mache ich mit der Waffe. Mit der anderen vielleicht 0,5 oder 1. Ja, das wäre super geil. Hätte ich voll Bock drauf, Nubi. Also einfach so rein, einloggen, chillen und da richtig spielen, ja. Aber ich muss das irgendwie noch... Trotzdem, hier habe ich auch Bock drauf. Nur Bock drauf zuzuschauen, wie andere spielen. Selbstspiel ist einfach sauschwierig, finde ich. Also für mich als... Ja, was läuft mir denn nach, ey, du... Verreg' ich mich ja doch auf hier, will ich gar nicht. Klar, wieso sollte ich auch 2 aneinander killen? Wer bin ich denn hier? Bin ich Rambo oder was? Rambo in der Haus hier, Mother Flower hier. Ja, das... Unterstützungs-Dings da. Ich weiß nicht. Ich sage, ich probiere das jetzt noch... Ich probiere das jetzt noch ein paar Tage. Das Spiel. Also ich gebe nicht auf. Ich beiß mich durch. Call of Duty... Oh, Schnauze. Call of Duty L4. Erstes Call of Duty, was ich ever spiele. Noch nie irgendeine Militär-Scheiße gespielt. Ich hasse sowas, aber... Ich probiere es. Ich beiß mich durch. Versuche zu lernen. 3, 2, 3 Tage wäre es noch probieren. Wenn ich es dann nicht drauf habe, dann... Game over. Also... Gut, ich habe auch nur 1,5 bis 2 Stunden Schlaf am Tag. Meine Augen tränen. Ich sehe nichts, aber es ist scheißegal. Es ist alles nur Ausreden. Man muss trotzdem spielen können. Also ich probiere es jetzt noch ein paar Tage. Wenn ich es dann immer noch nicht check und immer nicht verstehe, dann ist es einfach vorbei. Ganz einfach. Ganz einfach. Mal mehr als probieren, tun, machen, ärgern, umwechseln, was weiß ich. Kann ich auch nicht, Jungs. Ich gebe jedem Spiel eine Chance. Zu mir aus dem auch 5 Chancen. Aber irgendwann habe ich dann einfach auch keine Lust mehr. Und da ist mir der Plattenplatz zu schade. Ja, Militär-Scheiße. Ohne Schmarrn. So Militär-Scheiße. Das ist ja echte. Lieber Militär-Charakter. Lieber, lieber so taktisch wie Quake oder UT oder sowas. Das ist genial. Genial in negativer Hinsicht, oder? Hahaha. Ich weiß nicht, ich habe die letzten Jahre kaum gespielt, immer nur die gleiche Karte. Kein einziges Spiel wirklich angefasst. Also deswegen würde ich mich halt durchzubeißen. Aber irgendwann habe ich auch keine Lust mehr. Irgendwann ist es echt. Aber gut, ich habe jetzt das Spiel jeden Tag nur 2, 3 Stunden geschafft zu spielen, weil ich einfach keine Zeit habe. Und ich glaube, in dieser Zeit kann man nicht wirklich was lernen. Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, mich anzustrengen nach so einem fucking Tag. Dass ich so angepinkelt werde von so einem verfluchten Strahlender. Was soll das? Einfach so pisst er mich an mit so einem blauen Ding. Also ich glaube, ich hänge. Was ist denn da? Ist das auch ein Ding? Ja. Ich rede mich nicht einmal über das Spiel auf, sondern weil ich einfach so langsam bin und es nicht hinkriege. Ja, bin ich doch vorhin auch Medusa. Anscheinend ist das COD-Netzwerk am PC sehr, sehr pinkelang.